Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play geschäftlich unterwegs mit Jan. Hallo. So, wir machen weiter hier den letzten Rest gerade ernten. Dann können wir bald schon, glaube ich, die nächsten Felder ernten, oder? Wir können an dich ernten. Mich ernten. Alter, ich habe so viel Same. Nein, das sage ich jetzt nicht. So. Ich weiß gar nicht, was heute überhaupt noch ein Fick bei uns war. Ich muss mir heute noch mehr machen. Schlafen. Schlafen. Ja. Ich sage jetzt nichts dazu, oder? Ich bin so müde. Okay. Wie schon mal gesagt, koch dir mal einen Kaffee. Mach ich nicht. Und geh die Post an. Klar machst du den Milchkaffee. Oder nur um den Koffein. Mach ich auch nicht. Ah, klar magst du das. Darf ich mir auch eine Gurke dazu machen? Ja, klar. Hat sich ja auch auf Augen legen, die Gurke. Wirst du eigentlich mal hübsch? Boah. Richtig einen rauskauen habe ich jetzt. Was ist die Kabi-Konkurrenz? Das ist es. So. Was ist los? Ich bin voll müde. Warum? Genau. Hier, mach mich leer. Alles klar. Ja. Abflug. Nach Hause. Jetzt die Straßenspiele. Oh, die Straßenspiele. Nichts. Ja. Aua. Da ist es. Hält sie wieder hin. Nur dann, dass du auf der Seite liegen bleibst. Und ich fahre einfach weiter. Lalalalalalalalalalala. Lalalalalalala. Boah, du musst mich auf jeden Fall gleich schieben, Alter. Sonst brauche ich wieder zwei Stunden, bis ich zu Hause bin. Alter. Ja, ja, ich fahre weiter. Nimm nicht mit. Ja, du nimmst 60 km, Alter. Was ist das? Jetzt vorsichtig gleich beim Lenken. Vorsicht. Ich will nicht weiter ausspießen. Scheiße. Das müssen wir gerne nochmal machen, Alter. Mega lustig. 60 Klotten, Alter. Mähnreche, Alter. Ja, nur Mähnreche. Ja, ich stelle für den 60. Fliege. Ihr schalt. Ich schieke. Wir haben mir einen Trick noch zusätzlich gekauft. Du müsstest so schnell sein, dass ich auf dein Hänger fliege. Ja. Deswegen machen wir das gleich, glaube ich, lieber oben auf der Straße, oder? Oder du musst Schwung nehmen und Wigi 60 Klotten drauf fahren. Das fliegt wahrscheinlich weg. Nee, glaube ich nicht. Mach komplett durch die ganze Karte so. Hui, wickel, wickel. Wickel, 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 wickel. Weil das wäre genial, wenn das klappen würde. B-Drescher zum Mitnehmen. Bums-Valera. Bums-Valera. Bums-Bums-Bums-Bums. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hada, Wada, 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 Wada. Wadig, komm die lange gerade, dann bleibst du jetzt hier stehen und nimmst Schwung. Ach, scheiße. Ach, ich schaffte. Irgendwie hast du deinen Kopf wieder rausgezogen aus meinem Arsch. Gut am Abend Boers. Grün! drauf zu krasseln. Ja, ja, ja. Nimm Schwung. Warte, ich nehm noch ein bisschen mehr Schwung. Ja, gleich geht's hier schon bergauf. Dann geht das nicht mehr. Mach Gas jetzt. Okay. Gas. Mit dritter to go. 60. Hast du drauf? 70. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Rein. Ah. Ich glaube, wenn ich rückwärts Gas gegeben hätte, wenn du auf mir drauf bist, dann hätte das geklappt. Ich muss nur warten, dass du mich aufspießt, dann muss ich einen Rückwärtsgang einlegen. Und jetzt. Alter, da warst du langsam, ja? Oh. Alter, hast du wieder nicht gezeigt, was du kannst. So geht das mit dir nicht weiter. Juckt der Rücken. Was das wohl ist? Das nennt man Syphilis von der Oma. Wo bleibst du? Na jetzt, Schwung, los. Ich mach ganz schön wie ein Burnout hier. Vollgas! Ich lenke nicht. Ja. Lenk langsam. Nein. Jetzt lenken! Jetzt stehe ich ja nicht! Lustig irgendwo. Gar nicht lustig. Ich weiß, das wird wieder mega Minus-Daumen geben, aber egal. Okay. Ja, wir möchten auch mal Spaß haben hier lachen. Hm. Voll lustig, ne? Hm. Was fällt denn noch an? Was müssen wir denn hier gleich noch erledigen? Ich hab jetzt nochmal die Tiere nachgekauft, wieder. Ähm. Ja, wir könnten eigentlich auch hier so'n Hänger kaufen, dass wir die ganzen Kuwait verkaufen, oder? Die wir gekauft haben. Die Rinder. Rindermast. Das wollen wir ja eigentlich auch mal machen, ne? Ja, aber nicht verkaufen. Warum? Alter, die werden so'n zu fett, ey. Das sind nur unsere Teore, doch. Du willst nur mehr haben, wenn die zu fett sind. Das vergift dir. Oh, gut doch. Äh. Oh. Schulz. Oh mein Schatz, ich liebe dich. Du bist die einzigste Schabracke für mich. Ja, das war's. Ach, ich hab's. Ach, ich hab's. Ach, ich hab's. Nennst du so nicht deine Frau? Ach, doch. Hallo, Schabracke. Ach, du Fotze, oder? Geh, ob. Näääää. Das sagt man nicht. Das ist ja eine Beleidigung. Schabracke nicht. Na? Du dumm und Kuwait. Das ist genauso, wenn jemand sagt, du bist voll verrückt. Ja. Hast du noch nie einen Schrank verrückt? Na. Verrückt ist kein Schimpfwort oder allgemein eine Bedeutung zu einem Menschen. Ja, soll ich dich mal verrücken? Also, äh, ja. Ah, deutsche Sprache ist eine schwierige Sprache für manche Menschen, glaube ich. Auf der Tüte Deutsch hat mir auch gehilft. Gehilft. Gib mal die eine Uhr. Oh, so, so billig. Kostet ganz wenig. Da ist all die Ware, ne? Hm. No-Name-Produkt. Ja, was haben wir denn an, 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 an Tiere? Warte, ich ziehe mal durch. Eins, zwei. Kure. Kostet. Also, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Wer sollte weiter? Sechzehn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wie soll sich die Tiere zählen, aber egal. 25. Ja, 25 Kühe. Wird nicht. Wir haben 49, äh, 100 Kühe. Das haben sich ja irgendwie aufgeteilt, oder? Fangen wir mal von vorne an, bitte, zu zählen. Okay. Wenn du auf 100 gekommen bist, darfst du... Eins, zwei, drei. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Andere Seite. 19, 19, 20, 21. Jan, weißt du noch, wo die Wasserstationen waren? Ja, in der Tat. Wenn du die Karte aufmachen tust. Ja, tue ich. Und dann da gucken tust und dann da hinfahren tust. Wo war denn das? Da. Jan, wenn du mit deinem Finger da drauf ziehst, kann ich das nicht sehen, du Idiot. Du musst dir dieses Baustellenhaus, ne? Nein, doch. Und da, ein Stück weiter rüber, da kommt nur eine Kreuzung und dann geht also in den Brückenboden und See drüber. Links neben von 15. Ja, 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 ich hab's gestanden. Ach so, doch. Oh, jetzt, jetzt, wo war ich jetzt stecken, die? Okay, nochmal von vorne. Nee, 15 kann nicht sein. Das kann, nein, das kann echt nicht sein. Doch, du warst jetzt bei 15, weil weiter kannst du nicht zählen. Weiß. Also, nochmal in die Schule gehen. Okay, bis gleich, tschüss. Tschüss. War wieder da. Und was hat die Schule gesagt? Ich find's schlau genug. Motor, die melden. Alles klar. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Wasser. Äh, ja, weiß ich nicht, wollen wir hier so ein Rindertransportteil da kaufen, oder nicht? Da kannst du ein paar Vieh, ja. Keine Ahnung, hier unter 2, was ist da, glaube ich, drin? Ne, da haben wir gar keinen, scheiße, haben wir gar keinen, oder was? Also, brutäne Technik. Ja, aber nicht. Wir haben keinen Vieh-Transport, also können wir das schon mal nicht erledigen. Äh, du kannst mal gucken, wie weit die Sämaschine ist. Ja. Und wenn die fertig ist auf dem Feld, dann muss man Feld 28 säen. Ist fertig. Kannst du ja auch selbst sehen, wenn du dann willst. Wasser auch füllen. Roter. 28. Ja. Und jetzt nur für euch ein Fertigkeitslied. Schläflitschchen. Schläflitschchen. Ja, sagt. I'm a Barbie girl. I'm a Barbie girl. It's a plastic. It's fantastic. Im not plastic. Hi, ich bin's. Martin. Oh nein. Hallo, ich bin Klaus. Ich bin gerade über den Jägerzaun gefahren. Sehr gut. Der Pfeiler hat ganz schön wehgetan in meinem Allerwertesten. Ach, nix. Hat sich aber auch schön angefühlt. Ganz bei eBay will ich ja für 3 Euro neu kommen. 3 Euro neu. 3 Euro 9. Ja, ja, ja. 3 Euro 9. Ja, 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 ja. Wasser auffüllen. Wasser auffüllen? Nimmst du mir auch was mit? Klar, Alter. Mir kann sonst ein Napf der bei den Kühnen tun. Hust duP? Für irgendwas Besseres habe ich keinen Platz für dich. Alter, 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 Alter. Hat er gesagt? Alter, hat nicht gesagt. Hat er gesagt? Habe ich. Und zu deinem interessanten Information gedacht, habe ich ich gesagt. Alter, Alter, Alter. Alter, hat er gesagt? Habe ich. also muss man ja noch mal wasser hier einfach hier bei der mühle der rüfen weil er müde so dann haben die kühe auch wieder worte ja alle haben wasser 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 Wurte Transport Blinden die Lage Gras Wasser Stroh Milchtank und 40.000 Liter Milch gar nix machen die mehr Milch wie auf dem anderen Hof dann müssen wir noch mal ein bisschen nachstocken noch mehr Kühe da sind schon 100 drin und dann 0 hinterhängen lustig wäre es ja mal aber sofort mäßig aber ich glaube mit diesen Traktoren kommst du da auch gar nicht hinterher mit diesen Sachen ich glaube brauchst du schon so High End Maschinen oder so ja aber immer wenn du Mais mähen willst jetzt mit den Sachen die wir haben wie soll denn das funktionieren ein bisschen Fantasie ein bisschen Liebe macht Ultra ganz glücklich denn er steht auf kleine Schniedels Hallo bitte melden sie sich bitte melden sie sich wenn ihr Penis kleiner ist wie ein Zentimeter dann nehme ich sie als Freund weil dann sind wir eine Gruppengemeinschaft und aus 1 und 1 der 2 nicht der war gut so wie er damit sein wird und wieder vielen Dank dass ihr beim Gruppenkuscheln 1 und 1 macht 2 zu geschaut hat zugeschaut hat und dabei war wir hören uns morgen wieder mit dem wir können bis zurück bis instruments bis 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 Rum bis 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 Strah był bis 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 тоб Totten bis 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 bisis